Der Studiengang ist vor allem zukunftsorientiert und vermittelt den Studierenden fundierte praktische Kenntnisse darüber, wie sich der Beruf im Bereich Sprachdienst weiterentwickelt und insbesondere, wie man die Herausforderungen durch KI meistern kann. Der Studiengang fördert nicht nur traditionelle Sprach- und Übersetzungskompetenz, sondern befürchtet auch die neueste Entwicklung im Bereich Translation. Dazu gehören Module wie Maschinengestift-Übersetzung, Übersetzungsmanagement und Qualitätssicherung, Medienübersetzung, Marketing sowohl für Unternehmen als auch für Freiburgler, sowie interkulturelle Kommunikation. Diese vielfältigen Kenntnisse und Kompetenzen sind entscheidend für den Übersetzungsberuf, auch in die Zukunft. Im dritten Fachsemester haben die Studierenden die Wahl zwischen den Spezialisierungen Fachübersetzen und Dolmetschen. Im Fachübersetz erlernen sie, Fachtexte aus den Bereichen Jura, Wirtschaft und Technik adäquat und kundengerecht zu übersetzen. Im Dolmetschen werden systematische Übungen in Gesprächsdolmetschen, Konsekutivdolmetschen und Simultandolmetschen angeboten. Die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs MA Translation können selbstverständlich Übersetzer- und Dolmetscherberuf in verschiedenen Branchen ausüben, von Recht und Wirtschaft bis hin zu Technik und Medizin. Darüber hinaus eröffnet der Abschluss Türen zur spannenden Karriere in internationalen Organisationen, Verlagen, Sprachdienstleistungsunternehmen und Bereichen der interkulturellen Kommunikation. Die durch das Studium erhaltene Fähigkeit, sich schnell und effektiv in neue Fachgebiete einzuarbeiten und unter Zeitdruck zu arbeiten, ist in einer Vielzahl von Berufsfeldern gefragt. Das SD München verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Ausbildung von Übersetzern und Dolmetschern. Ein Teil unseres hochqualifizierten Dozententeams besteht aus erfahrenen, professionellen Übersetzern und Dolmetschern, die direkt aus der Praxis kommen. Dadurch bietet das Studium wertvolle, praxisnahe Kenntnisse, die nicht leicht woanders zu finden sind. Musik